Auf die Pläne! Also ein aktives Rennen da drüben, Anastasia Kuznetskowa und dahinter zwei junge Damen, die so jagen und wir kommen zu den 400 Metern. Durchgangsinterview, wir machen mit Lauf, eine 67, 68, aber ich denke, das wird jetzt auch ein gewisser Rückspiel. Anastasia Kuznetskowa, dahinter mit jetzt 28 Johanna Behrens, SV Steinheim und die tankt sich jetzt ran und dann gibt es einen heißen Kampf hier mit der 146 Annalena Elka aus Saarbrücken und aus Weinheim Eva Sauer, da stellt sie jetzt schön um, das habe ich jetzt nicht sehen können. Es geht in die letzten 150 Meter. Auf jeden Fall tolle Leichtathletik da drüben, er wird richtig im Allensport in die Rüssel, Anastasia Kuznetskowa, der ist und eine Zeit knapp. Auf die Pläne! 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 Auf die Pläne